Die neue Fahndung hat gestartet in der Division 2 und es gibt einen recht mühsamen Bug. Welcher Bug das ist und natürlich auch was wieder in der Fahndung drinnen ist, alles in diesem Video. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen, mein Name ist Charles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in der Division 2. Es war heute Maintenance und es gab ein bisschen Verwirrung, denn es wurde getwittert, die Maintenance ist fertig und es konnte sich so circa eine Stunde niemand einloggen. Keine Ahnung, ob der Tweet halt zu früh rausgegangen ist, ist aber auch egal, das Spiel läuft. Ja, also das Spiel ist online. Es ist Dienstag und bei der Wartung haben sie das Event rausgenommen. Was heißt das Event rausgenommen? Naja, es war ja noch drinnen und zwar hier das Bekleidungsereignis. Ja, also das wurde jetzt rausgenommen. Warum sie auch immer rausnehmen müssen oder so, keine Ahnung. Aber ich nehme wohl an, das hat mit dem zu tun, wenn ihr hier reinschaut bei Behälter. Das hier, das dann verschwindet einfach und hier dann wieder die Behälter stehen, die ganz normalen. Also die Bekleidungsbehälter, Schlüssel und im Shop seht ihr dann auch hier, wie viele ihr habt. Ja, sitze ich jetzt eigentlich davor? Ne, ich sitze eh nicht davor. Hier steht dann eben, wie viel ihr habt. Ja, das ist normal ja nicht, wenn das Event ist. Deswegen denke ich, dass sie hier die Maintenance machen müssen. Was ist aber jetzt in der Season und was haben wir für einen Bug? Wir haben diese Woche in der Season hier den Mord Cursed Kellogg dazu bekommen. Und wie man sieht, ich habe hier den Multiplikator mal zwei. Das heißt für 10,5 Millionen bekomme ich doppelte EP. Und hier gibt es einen Bug. Ich blende euch das Bild jetzt ein. Ich habe das Bild auf Twitter gesehen und zwar, es hat sich jemand eingeloggt und das war schon voll. Also es war schon aufgebracht. Schaut also bei euch nach, ob ihr es auch aufgebracht habt oder nicht und schreibt mal unten hinein in die Kommentare, ob es bei euch voll ist oder leer ist. Also bei mir ist es leer. Ich kann es also spielen. Der, der es getwittert hat, kann es nicht ausnützen. Also der bekommt nicht diesen Multiplikator. Schade. Weil viele wissen, ich auch, also die nutzt man natürlich schon voll aus. Ich meine, statt 10 Millionen, 20 Millionen. Na klar. Also das wird ausgenutzt. Was ist aber drinnen jetzt in der Fahndung? Und zwar Cursed, wie man sieht. Und hier müssen wir machen, drei Kontrollpunkte, einen Kopfgeleinsatz und eine öffentliche Exekution. Ja, also hier unser Cursed. Und hier bitte auch wie immer aufpassen, ich wiederhole es jedes Mal bei den Fahndungen, weil ich die Kommentare kenne. Es ist nicht egal, was ihr macht, sondern vor allem auch bei der Hinrichtung, ihr seht die auf der Karte markiert. Welche? Ihr könnt nicht irgendeine Hinrichtung machen, sondern er möchte, dass ihr diese hier macht. Genauso wie die Kontrollpunkte, diese machen. Ja, also die drei Kontrollpunkte. Und bei den Kopfgeleinsätzen ist das selbe. Wenn ihr hier reingeht, dann seht ihr hier ein gelbes Zeichen. Ihr seht das, diesen gelben Punkt. Und der ist dann ober mir. Man sieht es eh, wenn ihr hier drauf klickt, dann ist hier oben der White Whale, der ist gelb. Den machen. Nicht irgendwas. Das Spiel möchte ganz genau was haben. Ja, also schaut bitte auch genau und befolgen. Danke. Ja, weil ich habe es jede Woche wieder oder jede Fahndung wieder, dass die Leute reinschreiben. Bei mir hat es nicht gezählt. Ja, das ist, wenn man das Falsche macht. Ja, also bitte das Richtige machen. Sonst, wie geht es weiter in der Season? Naja, wir können jetzt eben die Fahndung machen. Nächste Woche dann die Cursed Liga. Die geht dann wieder für zwei Wochen. Ja, da gibt es ein separates Video nächste Woche. Global Event Hollywood in zwei Wochen. Und Resident Evil kommt auch in zwei Wochen zurück. Hier dürfte es aber doch neue Sachen geben. Denn es sind schon Screenshots aufgetaucht, wo irgendjemand irgendwelche Handschuhe oder so bekommen hat, die es noch nicht gibt. Also, vielleicht kommen auch neue Sachen hinein. Ja, also sicher ist es nicht. Ich kann jetzt selber nur raten. Aber nach den Screenshots, es gibt ja irgendwelche Handschuhe oder irgendwas, die halt nicht im Spiel sein sollten. Und die würden dann zu diesem Bekleidungsereignis passen, weil es kommt halt keins mehr. Es ist das Letzte. Also kann nur mehr dieses Bekleidungsevent sein. Dann in drei Wochen die Antti, die Tante, dann die Tante Liga und nochmal die goldene Kugel. Und das war's. Ja, also das war dann die Season 11. Ja, und somit war's das auch schon wieder für diese Woche in der Division 2. Ja, ich hoffe, das Video hat gefallen. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. So, Video fertig. Sehr cool, sehr gut. Der kann nix, Charles kann nix, alles muss ich selber machen. Hier, zwei Videos, zum Anschauen, klicken und da unten Abo, do it, do it und die Glocke aktivieren nicht vergessen für die Benachrichtigungen.